Leute, ich hab euch vermisst. Früher, in den 90ern, hat das ganz gut geklappt. Lasst uns probieren, ob wir das heute immer noch hinkriegen. Für das nächste Lied möchte ich euch gerne in drei Segmente aufteilen. Ihr seid eine Seite, die Mitte ist eine Seite. Seid ihr bei mir? Gut. Und auf dieser Seite, ihr seid auch eine Seite. Wir haben also drei Seiten. Eins, zwei, drei. Und jedes Mal, wenn ich Bicycle sage, geht eine Seite hoch. Ihr seid zuerst dran. Bicycle, Bicycle, Bicycle. Dann sing ich, I want you at my bicycle. Also, habt ihr es verstanden? Lasst eure Frau Blume nicht hängen. Also, gucken wir es noch mal. Zwei, drei, vier. Bicycle, Bicycle, Bicycle. Sehr schön. Ihr seid gut vorbereitet. Jetzt möchte ich mich für das nächste Lied auch vorbereiten. Alex, würdest du mir helfen? Wo legen wir das Mikrofon hin? Darf ich dir das mal in die Hose stecken? Applaus für Alex. Möchte einer von den Damen die Telefonnummer haben? Sehr gut Kann ich dann ja auf Insta mal verkünden Okay, ihr habt gesagt, ihr seid bereit für Bicycle Race Beweis es mir, es geht jetzt los Achtung Bicycle Race I want to ride my bicycle I want to ride my bicycle I want to ride it where I lie I want to ride my bicycle I want to ride my bicycle